So meine Damen und Herren, wir haben jetzt gewartet, ich habe jetzt gewartet, bis es 0 Uhr 47 ist, ich habe hier ein wenig ein bisschen selber gemacht, nicht viel, man sehe und staune, wer hätte das auch gedacht, ich will mal kurz gucken, ist das hier noch? Das ist einfach nur so ein Grafikfehler, ihr wisst schon noch, was ich hinaus will, ähm, nein, Zug brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, denn das ist fertig, holen wir mal los, Helfer bitte machen, Hafer, danke, so jetzt gucken wir mal kurz bei den Hühnerchen, immer noch ein paar geht, Ich hoffe, nee, gut, okay, also 87 Liter, ein wenig, so, ähm, wir sehen hier, entweder wir sauer machen wieder, es ist glaube ich alltäglich, dass wir hier sauer machen müssen, wir sind nicht ganz so dreckig darin, ähm, wir werden dann gleich mit einem Pferdchen mal zum Arbeitsfeld laufen, sag ich jetzt mal, Ach, wir wollten auch den Dings verkaufen, vielleicht sammeln wir das ja mal, so, ähm, was ist wichtiger, wegfahren? Ja, wegfahren, wir werden dann mal gleich gucken, ich sag, den brauchen wir nicht, das war die dumme Entscheidung eigentlich, den zu kaufen, der hat jetzt natürlich auch seine Gebrauchsspulen und kostet, kriegen wir natürlich auch nicht mal ganz so viel, Nett ist natürlich auch, dass er so schnell fährt wie die Trägerchen, so, dass es eigentlich, hätten wir ja noch was dranhören können, weiß ich es noch, ja, eigentlich nicht, wir haben zwar auch noch eine Anlängekupplung, aber nicht so eine, die wir aber jetzt denken, jetzt mal, nur mal so aus Spaß probieren, jetzt mit Höhergewünscht, also es ist noch nie mal so hoch, das ist traurig, so, ich weiß gerade, wenn man nicht begonnen hat, dass es der Mist, obwohl, hätte auch, zwei Minuten muss die Aufnahme fast gehen, weil, ich habe jetzt gerade auf Echtzeit gestellt, bei kaufen, hier ist es bei kaufen, es tut mir leid, Herr Manitou, das wird euch drauf, Alter, ja, wir sind fast reich, äh, also, glaube ich, der hat schon wieder seine Aufgabe, das gibt es nicht, die ganze Zeit läuft der 1a, wir werden jetzt aber den nochmal abladen, einfach nur, weil ich es kann, weil ich dann mal hinzu bin, ich glaube, da oben ist er stehen geblieben, und diese kleinen Stückchen, die werden uns später nicht umbringen, also, die Leute, die schon Missionen mitgemacht haben, die wissen, glaube ich, was ich meine, weil wir haben schon mal Multiplayer Missionen gemacht, Baumwolle, und wir haben 3% gefehlt, oder so, und dann konnten wir einfach die Mission nicht benden, weil wir den, alles schon weggefahren haben, und der LKW einfach nicht nach 3%, und der 3 Liter aufgeht, das ist schade, scheiße, was mache ich die scheiße, ja, wir wollen eigentlich hier mit dem Pferdchen hinlucken, hmm, naja, gut, 23, 20, ja, wir wollen zum Pferdchen, denn wir steigen jetzt auch das erste Pferdchen mal wieder, müssen wir nicht fragen, auf welches, hier habt ihr, auf Pferdchen, das müsste ich gerne gucken, Pferdchen kostet jetzt 5000, echte Zeug, und der 7000, aber es dauert wirklich, gefühlt Ewigkeiten, ehe hier irgendwie mal Gewinn draus kommt, also gut, wir haben jetzt mit beiden Pferden, haben wir ein theoretisches Gewinn, so ist es ja nicht, die Frage ist, was machen wir jetzt, wo reiten wir hin, oh, wir reiten uns im Feld, brauchen wir wirklich so einen großen Bogen, also, wir nehmen jetzt mal hier die Straße als Beispiel, 2 Meter, 4 Meter, sagen wir mal 5 Meter, also mit 5 Meter haben wir gerade mal so ein Viertelfast erreicht, die haben wir nicht, wir haben 3 Viertelfast, 3 Viertelfast, 3 Viertelfast, 3 Viertelfast, 3 Viertelfast, 3 Viertelfast, ist es wirklich so, 16% ok, ja, Pferdchen, da ist mal das Schild raus, das gucken wir nicht, das ist wirklich, äh, dauert, dauert, wenn wir fertig sind, die Frage ist bloß, wie kriegen wir jetzt Heulen, die Mischung rein, also, wir haben ja 9, bald da ich würde mal sagen wir gucken gleich mal, wir lassen das Färzchen mal ein bisschen galopp laufen kann man sogar durch feilen, also durch den Wald weeeee so wir werden eh gleich wieder seine Probleme haben, der Helfer der ist doch einmal, guck mal, der hat zwar jetzt was stehen lassen aber das ist von gerade von mir noch das ist jetzt ach nee, galopp ist schnell, nee, nee, nee wir traben jetzt denn wir gucken mal kurz ähm total Mischung, fair aber äh, so höher, ja, gut, ok mhm, ok, ja Futterhaarvernteil Pflege alliges roll, ok mhm, Tierheilung Mischisch, Mischelage Stroh und Drog äh, zu, ja ist aber nicht das was wir brauchen man sieht man sieht hier unten was auch immer das Zeichen ist und der kommt schon wieder runter, das ist sehr gut ähm, dafür gibt es ja die Hilfen hier ähm, generell ähm, generell ähm, äh, Zug Karten-Symbol, nee Fahrzeuge, geräte Missionen das ist das Zeug, das ist das Zeug, das ist das Zeug, das ist das Zeug also das ist totale Mischration hier, das Zeug, anscheinend oh, und der lässt das der kommt da nicht klar was ist der Berg ähm ähm boah ey, ist ja mit dem anstrengend hier den Berg hoch also, die brauchen irgendwas, was Haar vermischt Hafer mit, äh, Heu ich glaube ich beende aber den Part jetzt, der ist schlank genug der Part war heute nicht so effektiv wie man das vielleicht von mir her kennt also, äh, weniger sogar noch aber ich würde mal sagen wenn ich dir nach Baut gefahren bin, dann gibt es nur noch um, äh, ich schreibe mir die kommt darauf, wenn davon sehen wird und auch nicht und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi tschau dann bis zum nächsten Mal, äh, ich schreibe mir das